Wie aber du die Finger der Hände auseinander tun sollt, müsst du aus dieser für gemalten Figur abnehmen. Ingolstadt, du bist wiegevoll Wissen. Du lehrst uns das Leben mit all seinen Facetten. Deine hohe Schule war Beginn einer einzigartigen Geschichte, unserer Geschichte. Hier fing alles an und sollte für immer bleiben, 328 Jahre lang, bis du weggingst. Aber wir holten dich zurück und schrieben unsere Geschichte weiter. Mit Wünschen an das Leben und allem, was es lebenswert macht. Über 550 Jahre Wissenschaftsgeschichte formen uns, mit neuen Visionen und dem Wunsch, nie stehen zu bleiben, sondern immer weiter zu denken. Hier entsteht, was unser Morgen bestimmt. Deine hohe Schule lehrte uns viel und ebnete den Weg für ein heute voll Wissenschaft und Technik. Voll von geistigen und kulturellen Entwicklungen. Aus dir wachsen kluge Köpfe, damals und heute. Man spürt die Erfahrung der Zeit. Zeitgeschichte, die uns dankbar stimmt und uns gleichzeitig motiviert, dieses kostbare Erbe weiterzuführen. 550 Jahre Wissenschaftsgeschichte, wir sind mächtig stolz. Ingoldstadt, mit Blick auf gestern und für ein Morgen für uns alle. Ach, wie ist Hamm! Die跟我 auch nicht komplett selbst Eliot. Ich bin Professor Wünschen. Vielen Dank.